Arthur Georg Ramberg, ab 1849 Freiherr von Ramberg, war ein österreichischer Maler und Zeichner. Familie Ramberg war der Sohn des KUK, österreichischen Feldmarschall-Leutnants Georg von Ramberg. Vater Georg und seine Kinder wurden erst am 25. Juli 1849 mit Diplom vom 22. Januar 1850 in Wien in den erblichen österreichischen Freiherrn stand. Erhoben. Die Immatrikulation im Königreich Bayern bei der Freiherrnklasse erfolgte erst nach Arthur von Rambergs Tod am 29. November 1878 für dessen Witwe und Kinder. Sein Bruder war der KUK, österreichische General Hermann Freiherr von Ramberg. Sein Großonkel war der hannoverische Kunstmaler und Zeichner Johann Heinrich Ramberg. Sein Neffe war der Marine-Maler August von Ramberg. Leben. Ramberg lebte in seinen Jugendjahren wegen der dienstlichen Stellung seines Vaters in Italien, Deutschland und Ungarn. Ersten Zeichenunterricht erhielt er bei seinem Großonkel Johann Heinrich Ramberg in Hannover. 1840 ging er nach Prag, um an der Karls-Universität Prag das Fach Philosophieunternehmen an der Kunstakademie Pragmalerei bei Franz K. Adlik zu studieren. Anschließend wurde er in Dresden Schüler von Julius Hübner. Dort malte er unter anderem die Zwergenhochzeit nach Goethe und Kaiser Heinrich I. Im Kampf mit den Ungarn. 1849 zog Ramberg nach München und wirkte als viel beachteter Genre- und Historienmaler. Als Lithograph machte er sich ebenso einen Namen wie als Zeichner für Kupferstiche und Holzschnitte. Von 1860 bis Ende 1865 war er Professor an der neu gegründeten Großherzoglichen Kunstschule in Weimar. Im Frühjahr 1866 kehrte Ramberg nach München zurück und übernahm dort die Professur an der Münchner Kunstakademie. Er unterrichtete dort immer nur eine geringe Zahl von Schülern. Richtungsweisend war er besonders für den jungen Albert von Keller, mit dem er in freundschaftlicher Beziehung stand und auch sein Atelier teilte. Werke Hier entstanden unter anderem der Hofhalt Friedrichs II. in Palermo, die Genre-Bilder, Begegnung auf dem See, am Stickrahmen und Einladung zur Kahnfahrt und die Kompositionen zu Goethes, Hermann und Dorothea und Voss, Luise, welche durch die Zartheit und Vornehmheit der Darstellung großen Beifall fanden. In den Lutherzimmern der Wartburg malte er einige Fresken und für die Großherzogin von Sachsen-Weimar das Märchen vom Froschkönig. Oberbayerische Lieder mit ihren Singweisen Im Auftrage und mit Unterstützung seiner Majestät des Königs für das bayerische Gebirgsvolk gesammelt und herausgegeben von Frau V. Kobel. Mit Bildern von A. V. Ramberg Zweite Auflage München 1871 Holzschnitt und Verlag von Braun und M. Schneider Gemeinsam mit Friedrich Pecht Schuh von Ramberg Zeichnungen für die Schiller-Galerie-Charaktere aus Schillers Werken Gezeichnet von Friedrich Pecht und Arthur von Ramberg 50 Blätter in Stahlstieg mit erläuterndem Texte von Friedrich Pecht F. A. Brockhaus, Leipzig 1859 Online über Google Bücher Goethe-Galerie Charaktere aus Goethes Werken Gezeichnet von Friedrich Pecht und Arthur von Ramberg Charaktere aus Goethes Werken Gezeichnet von Friedrich Pecht und Arthur von Ramberg 50 Blätter in Stahlstieg mit erläuterndem Texte von Friedrich Pecht F. A. Brockhaus, Leipzig 1859 50 Blätter in Stahlstieg mit erläuterndem Texte von Friedrich Pecht und Arthur von Ramberg